servus und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja mal seit lange mal wieder was am pc beziehungsweise am laptop jetzt in dem fall ja ich muss euch jetzt erstmal ein bisschen was erklären ist jetzt ein info video es kann sein dass das video jetzt auch länger dauert falls das so der fall ist tut es mir auch leid erst mal ja es muss halt einfach jetzt mal ein bisschen was erklärt werden finde ich jedenfalls damit ihr mal wieder wisst was jetzt hier sache ist und warum jetzt so lange nichts mehr kam und kein let's play mehr kam und kein gaming allgemein nicht mehr oder am pc überhaupt irgendwas nicht mehr kam ja es ist so falls jetzt auch noch mal zum anfang falls jetzt die einstellungen noch nicht so perfekt sind tut es mir auch leid kann ich noch nicht ich habe es jetzt noch nicht ganz genau eingestellt dann kann ich noch daran feilen das ist kein problem bloß ich wollte jetzt einfach mal ein video machen damit ihr jetzt auch mal wisst was jetzt sache ist und so weiter dass ihr eben mal bescheid wisst ja also es kamen ja videos aber eben da habe ich ja noch gar nicht so erklärt was jetzt mit dem pc mit dem laptop ist und so weiter wie es jetzt so vom gaming her aussieht und ja und mit der gopro wollte ich jetzt auch kein video aufnehmen weil ich dachte das passt dann eher nicht so deswegen wollte ich halt jetzt er ja schon gleich den laptop einstellen alles und hier das machen genau deswegen hat es jetzt alles so lange gedauert ja wie gesagt ich bin jetzt oder bin jetzt hier am laptop nehmen jetzt hier am laptop auf das ist jetzt ja so das erste video auf dem laptop ihr habt ja das video schon gesehen oder wer es noch nicht gesehen hat schaut euch an die vorstellung von meinem laptop die habe ich vor zwei wochen hochgeladen zirka ja ich glaube vor zwei ziemlich genau vor zwei wochen habe ich das hochgeladen ja da habe ich ja mein laptop vorgestellt mit set ja mit mouse headset und ja allem drum und dran und ja und das war halt dann so der punkt wo dann eben nichts mehr kam am pc weil ich ja erst mal den hier einstellen musste erst mal hier mit zurechtkommen musste ich habe dann auch erst mal eine zeit lang ls 19 hier getestet wie das läuft ob alles passt soweit und ja und ich kann euch sagen es läuft super auf höchsten einstellungen ohne probleme ich habe jetzt hier eine gtx 1260 drinnen kann ich auch noch mal dazu sagen von nvidia weil ich das eben noch nicht gesagt habe im vorstellungsvideo weil ich keine info davon hatte deswegen sage ich das jetzt hier einfach mal nochmal ich muss das mikro wieder wenigstens weg drücken das am headset das bewegt sich immer langsam ich weiß auch nicht warum auf jeden fall habe ich jetzt eine gtx 1260 drinnen ja ist super läuft super ich habe mir jetzt auch noch ein externes dvd oder cd laufwerk noch gekauft bestellt ja für wie viel hat das gekostet 20 euro bei amazon ist ein picosso laufwerk wen es interessiert wer da auch ein sucht zurzeit ja also ich bin bisher zufrieden mit klein handlich kann man einfach am usb anschluss anschließen und funktioniert ja cd rein und spaß haben also ganz einfach und da habe ich halt jetzt eben auch ls 19 jetzt mal hauptsächlich gespielt anfangs wie ich das noch nicht hatte habe ich ja rennspiele gespielt habe ich ja schon erzählt ja und genau so viel dazu ja jetzt habe ich halt eben obs runtergeladen heute alles eingestellt aufnahmen getestet rum hin und her probiert ich weiß jetzt auch nicht wie lange ich schon daran sitze aber bestimmt schon seit zwei stunden zwei drei stunden bestimmt schon habe ich jetzt da investiert damit ich das jetzt hier machen kann genau dann mal konkret zu den projekten ähm ls 19 auf der eldabach hatte ich ja live in let's play gestartet lief sehr gut ähm super eigentlich kam auch super an ich habe jetzt zwar noch nicht so viel feedback bekommen aber es waren auf jeden fall keine negativen äh rückmeldungen da deswegen gehe ich mal davon aus dass es gut ankam hatte jetzt auch noch nicht so viele aufrufe immer so zwischen sag ich mal zwischen ja 5 und äh 20 aufrufe sag ich mal in dem dreh also relativ wenig ähm ja also wer da noch nicht das let's play gesehen hat schaut vorbei ähm ist eigentlich echt cool ähm das hat sich jetzt halt so ergeben dass ich halt am pc das gemacht habe ähm deswegen kommen jetzt hier auch keine folgen mehr weil ich halt jetzt eben einen neuen laptop habe ich habe jetzt zwar hier ls 19 drauf ähm ebesbach spiele ich auch zurzeit aber ich habe halt eben den ganzen spielstand nicht mehr ich will den auch gar nicht mehr herstellen ehrlich gesagt weil das ist mir alles zu kompliziert ähm ja das müssen wir mal gucken ich will jetzt dann in nächster zeit auch streamen ähm muss ich gucken ob heute schon einer kommt ein livestream heute am samstag noch abends muss ich jetzt gucken jetzt wenn ich das video jetzt aufnehmen ist dreiviertel sechs bis ich das jetzt hochlade ähm bis ich also bis ich das jetzt schneit hochlade ich muss gucken also so gegen ja pi mal daumen gegen neune sowas wenn alles gut läuft ich muss jetzt ja auch noch alles einstellen ähm da müssen wir halt gucken wie das dann läuft kann auch sein dass der stream dann noch nicht so gut läuft muss ich gucken ich jetzt einfach mal nach erfahrungen vom alten pc aus und stelle das so halt ein und dann müssen wir halt gucken ob das jetzt mit dem hier auch so funktioniert ja müssen wir gucken spiel läuft auf jeden fall bei der aufnahme und ja muss mal gucken ja was noch alles ähm ja hiermit ist es jetzt hier auch eine livestream ankündigung ähm für jetzt später eben also heutigen abend noch wie gesagt ich weiß nicht genau was los geht aber auf jeden fall mal äh abonnieren glocke aktivieren und ja dann seid ihr auf jeden fall informiert wenn ich dann einen livestream starte kriegt ihr eine benachrichtigung auf euer handy oder am pc laptop je nachdem was ihr halt eben habt ähm und könnt somit gleich auf den stream gehen und könnt zuschauen genau so dann ähm ja es ist halt jetzt mal so die konkrete info ähm was jetzt hier alles so was jetzt hier so zum pc zum gaming eben auch äh noch ansteht was ich euch einfach noch äh sagen wollte mitteilen wollte ähm ansonsten war es das eigentlich soweit schon ähm ich wollte jetzt euch einfach mal informieren was jetzt hier so abgeht wie es weiter geht ähm apropos wie es weiter geht da müssen wir halt jetzt auch gucken ich werde jetzt denke ich mal an den wochenenden streamen wieder ähm freitag samstag abend äh jetzt nicht auch nicht regelmäßig gibt jetzt auch keinen streaming plan oder irgendwas äh weil ich da ich bin da eher so ein äh so ein kurzfristiger spontaner typ ähm ich versuche natürlich auch noch hin und wieder die ähm die äh infovideos rauszuhauen dass ich halt vielleicht samstag vormittag noch ein infovideo aufnehme oder das oder keine ahnung oder donnerstag abend wenn am freilachen stream kommt damit ich da trotzdem noch damit ihr nochmal informiert seid davor aber ansonsten ähm damit ihr euch dann auch danach richten könnt ähm und euch zeit ähm machen äh zeit freischaufeln könnt damit ihr dann zugucken könnt oder sonstig ist keine ahnung ähm wie ihr das dann macht aber damit ihr halt dann auf jeden fall so früh wie möglich bescheid wisst hoppala bin ich ans kabel hingekommen ja ähm genau ich habe jetzt das headset auch auf dem kopf also aufgesetzt ähm das letzte also mit dem alten headset habe ich ja immer es um den hals rumliegen gehabt ähm kann ich jetzt bei dem nicht machen weil dann die audio nicht mehr so toll ist ist aber bei dem auch besser finde ich weil es einfach bequemer ist auch nochmal in stücken und ja genau ja war jetzt relativ viel geplabberer ich habe mich jetzt auch äh schnell beeilt weil es sagen ja auch immer viele ähm ja du redest zu viel und so weiter und wenn nicht so viel reden ähm ähm das letzte mal beim rasenmähvideo ähm wo ich das diesen kompletten ablauf äh mal gefilmt hab hat einer gesagt ja das video beginnt eigentlich erst nach äh sieben minuten oder so hat mir einer reingeschrieben in die kommentare ähm ja vielen dank an äh an dich für den kommentar ich weiß jetzt grad nicht deinen namen tut mir leid kann ich gerade nicht äh auch nicht auf die schnelle äh schauen aber auf jeden fall vielen dank für den kommentar und er meinte halt eben es beginnt halt eigentlich erst ab da und dass ich halt zu viel geredet habe davor aber das ist halt bei mir normal ähm ich kann mich nicht so leicht verstellen ich rede halt einfach viel und manchmal erzähle ich halt dann auch ungewollt äh zwei dreimal die gleichen sachen im video das tut mir auch leid ähm mach ich unbewusst ähm ja fällt mir gar nicht so auf beim reden ja passiert halt einfach kann ich auch nicht ändern tut mir leid so bin ich einfach ähm und ja mein gott wen es nicht gefällt der muss es sich ja nicht angucken hat ja keiner gesagt ähm dass das jetzt unbedingt sein muss dass er meine videos anguckt und so weiter ja aber nur mal das noch zum schluss vom video ähm nochmal merke ich das einfach nochmal an und ja gut dann äh war es das soweit mit dem video jetzt hier ähm ja wie gesagt heute abend livestream schauen wir mal und ach so ja und was auch noch äh ls technisch bevor ich es vergesse was auch noch ein äh punkt ist oder was noch eine videoreihe ist wo auch natürlich dann wieder weitergeführt wird ist ähm ls 19 arbeiten des ls alltags ähm also die playlist da kommen dann denke ich mal auch wieder videos ich guck mal vielleicht also jetzt heute vielleicht nicht mehr vielleicht dann schaffe ich es morgen oder die nächsten tage ich muss mal gucken heute denke ich mal schaffe ich es nicht mehr dass ich noch was aufnehmen ähm müssen wir halt gucken weil ich will den stream so zeitnah wie möglich auch anfangen ähm genau also dann ja müssen wir gucken aber es läuft auf jeden fall kommt auch wieder was ich habe jetzt natürlich auch nur einen spielstand auf ls gerade das heißt ich kann jetzt da auch nicht ich habe nicht so viele möglichkeiten das was ich jetzt dann in den streams zeig ähm ja das wäre ja dann aber da muss ich mal gucken vielleicht mache ich noch mal einen einzelnen spielstand auf wo ich dann solche arbeiten mache muss ich gucken aber das kommt auf jeden fall auch noch vielleicht auch mal auch wieder in zeitraffer ähm als zeitraffer aufnahme und ja dann bis also wünsche ich euch jetzt noch einen schönen abend ähm schaut auf jeden fall bei meinem stream vorbei ich würde mich mega freuen würde mich mega unterstützen ich hoffe wir haben eine schöne äh talkrunde abends auch noch ähm können wir uns ein bisschen austauschen und ja über kommentare und ich beantworte dann halt eben genau dann ja hoffe ich ähm es hat euch trotzdem gefallen es war hoffentlich informativ ihr wisst auf jeden fall jetzt wieder was jetzt sache ist und wie es weiter geht und was ich auch noch nicht mehr geändert hat und ja dann falls ihr es noch nicht getan habt lasst ein abo da lasst ein like da ähm schreibt mir euer feedback rein wie ihr das video fandet oder auch vom kanal wenn ihr vorschläge habt einfach reinschreiben was ich mal machen soll und ja alles ihr wisst was ich mein und ja dann bis heute abend vielleicht im stream ansonsten bis zum nächsten mal äh zum nächsten video entweder im garten oder hier am laptop ja viel spaß mit meinen videos auch noch und ja dann bis zum nächsten mal ich muss mein laptop anstecken auch übrigens ja dann bis zum nächsten mal ciao ciao servus